nicht, deswegen sag ich's ja. OHHHHich geh mal nach oben, gleich ich reinforce von oben. Jo, mach das. So, und Willkommen zu Windows 6! Daniel, mach die Antwort. Wieder mal, äh... gleich zwischen Besetzung. Wie im letzten Part, natürlich. Wieder mit I-Doil, Hallo I-Doil. Sweet Shrink! I-Doil, ja... Adel, oder Adel. Adel wollte ich den ja nimm. Ah, er muss noch 3, 4 Runden spiel, aber er nimmt langsam Fusi. Skiken... Er ist schon wieder ein Kleck ey. Ja, hab ich bei dir gehört. Ja, hat man bei dir auch gehört gehabt. Ich wurde entdeckt, okay, mich haben auf jeden Fall jetzt welche, bei mir oben sind Drohnen. Okay, gut, das ist doch schön. Okay, was hier oben ist? Die fahren bei, die denken, wir sind hier oben, weil ich hier oben bin. Ich habe drei Drohnen. Und da kläfft der Hund, ey. Okay, ich habe drei Drohnen weg. Alter. So, ich schaue mal an, was ich hier richten kann. Mit Hünden müsste ich mich ja jetzt auch auseinandersetzen durch meine Daumen. Hat die einen Hund, okay. Aber, Junge, du hast recht, meine Rüstung, da seht ihr auch, die Rüstung ist voll. Bei anderen ist das nur so ein Punkt und so, bei mir ist wirklich drei Punkte bei mir. Ey, du bist die Tank. Oh, man kann nochmal irgendwo irgendwo eindringen. Und zwei Punkte, Junge. Und das sind auch was ganz Wundervolles, ey. Ja, Vorsicht jetzt. Kommt auf den Rüstung drauf an. Ja, klar, aber. Modi, komm bei mir. Oh, ich höre auch rechts hier neben mir. So, jetzt habe ich nicht Camps geguckt. Soll ich mal noch? Ja, bitte. Mach ruhig. Ich höre es jetzt auch schon neben mir. Als Puls ist es eh nicht schlecht, wenn einer mit... Äh, Koopa, ich kann da leider gerade nicht mehr hin. Ja, hier ist ein Blitzy. Ein Blitzy, ja. Kann da leider gerade nicht mehr hin zum Reinforcen. Ja, Eidoyle hat auch gerade Camp. Ziel gefunden. Erste Etage. Koopa und Zap erstmal die mit der Monsterping, ey. Er ist ja immer gewohnt. Das ist keine Monsterping. Das letzte Runden war Monsterping. Ja, im Vergleich halt, meine ich. So, die relevanten Decke. Oh, Firmite. Oben, Firmite. Ja. Ist okay, ich hole den gleich, Koopa. Ich bin direkt daneben. Oh, fuck. Blitz down. Ich habe den nicht gesehen. Ich habe den null gesehen. Blitz ist schon mal wichtig. Mit dem Köckschild. Au. Okay, Firmite weiß, wo ich bin. Und Fuse auch. Fuse ist auch da oben. Könnte sein, dass ich jetzt gepusht werde. Von dreien. Ich sehe halt nichts durch den fucking Rauch da. Komm jetzt vor. Komm jetzt vor bei mir. Ich glaube, die Cam in der Nähe. Ich habe die Cam hier. Haupteingang. Ja, ich mag sie hier die ganze Zeit. So. Wenigstens konnte ich sie vorher noch markieren. So, das war es jetzt. Okay, ich lade das nicht hoch. Außer ich mache noch was krankes. Ja, dann beobachten wir die Geist mal. Firmite down. Noch einer. Nein, fuck. Fetcher ist noch oben. Fetcher und Fuse noch oben. Oh mein Gott. Also, die sind noch weit weg. Bleib death. Bleib death. Die sind nicht mehr am Loch. Nicht mehr am Loch. Einen habe ich da aber rennen sehen. Die sind jetzt aber weitergerannt. Oh, sehr schön. Der ist aber nur verletzt. Der ist nicht tot. Ja, trotzdem. Der liegt oben. Kannst du den nicht noch kehren irgendwie? Nee, eher schlecht. Wenn ich da rausgehe, dann laufe ich den voll in die Arme. Wo hast du den Ding gekehlt? Am Loch unten? Da unten. Ah, okay. Ja, ist okay. Ja, Fetcher holt den jetzt. Ihr könntet jetzt, vielleicht kannst du vielleicht raus. Ich habe gehört, dass er den holen wollte. Ich probiere es halt mal. Ja, guck. Ja, das sind drei Leute. Das sind drei Leute, okay. Und die hatten den Ash. Die hatten sich schon wieder... Die sind alle unten jetzt da, Sub. Genau da sind die jetzt. Das habe ich nämlich vermutet gehabt, deswegen... Hast du noch eine Smoke Grenade? Da kommt keiner durch, Sub. Da kommt keiner, es war Ash. Die Ash hat durchgeschossen vom Raum da, wo offen ist. Dahinten sind alle drei. Genau, wer ist da? Ah, kacke. Na, vielleicht holt der Doi das jetzt auch. Die wissen zumindest nicht, wo der liegt. Ja, bleib mal da liegen. Vielleicht holt er dich gleich noch. Die wissen nämlich nicht, wo der Doi liegt. Nein, nicht zu Sub. Noch nicht. Hol dir erst zwei, drei. Vielleicht hol dir alle. Die gehen da jetzt alle durch. Ja, die Kameras sind auch so zum großen Teil scheiße. Ah, fuck. Okay, das wird jetzt schwer gegen drei. Ah, schade. Schade. Kacke, hätte ich den Fetscher noch mitgenommen. Ich habe gedacht, den Fetscher hätte ich auch noch mitgenommen. Kacke. Ich hätte es einfach nicht tun sollen, da raus zu sprinten. Egal. Egal, auch das passiert. Hätten wir auf jeden Fall holen können, die Runde. So was Fetscher muss ich spielen. Ash wurde allgemein von vielen. Also fast in jedem Team sehe ich Ash. Ja. Ja, ich will schon. Okay, der Junge zuerst mit Fetscher. Halt, muss er jetzt, ne? Jetzt auch IQ nehmen. Ja, dann, 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 dann geh mal mit mir mit vielleicht, weil, weil du bist mein, äh, mein Podopop. Mein Pendant. Pendant. Kann ich ein bisschen Puls, kann ich ein bisschen Puls gehen machen? Pendant. Also, ne? Und so, Helfer. Ja. Ege. Macher. Gegenpart. Pardon, bleu. Schade, aber die sind auch machbar. Equipe Tricolor. Also, jetzt durch die Kanalisation fahren. Croissant. Alter, das ist ja ein langer Gange, ey. Baguette. Unten, unten, unten. Von unten kam ein Hoch. Äh, Serverraum? Wir sind im Keller, äh, Serverraum. In der Tresor. Okay, oben. Ja, Mute kontert. Ne, Smoke ist das. Smoke kontert. Guck mal, ob du, guck mal, ob du irgendwo da den Ding gehen kannst. Smoke und Bandit kontern. Geh mal unter den Tisch oder so, ja, genau. Ja, ja, so. Wo ist denn das? Im Serverraum? Äh, nee, in diesem Nebenraum. Der Serverraum ist auf einer anderen Map. Der, 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 der neben dem Tresorraum da, dieser Kleine da. Lass mal, lass mal von der Kanalisation kommen, weil zwei kontern. Den haben wir schon mehrere Male verteidigt. Zwei kontern. Das ist irgendwie nicht so. Haben die auch Puls? Äh, hab ich nicht gesehen. Können sie ja noch den letzten noch Puls spielen. Also, Smoke und Bandit waren oben. Ich verfolg mal dann den Dolly. Äh, oder wie heißt der? Idol. Idol. Adel. Ähm, Daniel, ich hab übrigens, naja, kann sein, dass ich jetzt scheiße bin, weil ich hab keine Erfahrung mit dem fucking Fetscher. Naja, ist ja kein Problem. Zielen und schießen. Ja, okay, das ist logisch, aber... Weil ich hier irgendwo auch ne Cam oder so, ach, keine Ahnung. Was hab ich denn eigentlich? Betäubungsgründe, oder? Pass auf, sub, hinter dir könnte ich Deck ab. Hier könnte man einfach alles so durchknallen, mit ner Sprengmatte, oder ne? Oder ich bin halt, ey, ich kann auch aufschießen. Würde theoretisch auch gehen, aber... Oh, da hinten seh ich einen. Ich glaub, ich hab direkt Puls entdeckt. Komm, da mach halt mal. Ich mach halt mal hier so. Die Wand, oder? Ich würd fast sagen, die Wand. Die Mittlere, sag ich jetzt mal. Ja, die Ding kann man ja immer noch aufschießen, aber... Wartung. Ach, das ist doch ne Kamera. Ich deck mal hinter uns ab. Dann ist einer. Vorsicht, mach kein Kram, ey. Warte mal. Ich probier mal was. Bitteschön, Jungs. Na, nur eine Zugangsbälle kaputt gemacht. Nach links gelaufen. Hallo? So. Geht doch. Pass auf, links kann dann einer. Ich weiß nicht, ob der bei der Tür... Ist das safe bei euch? Der Raum scheint... Oh, Daniel, da schießt einer durch. Zu spät. Der Lowlife hat mich gekillt. Wo liegt der? Der ist auf der Treppe. Oh Gott, wenn ich wüsste, wo die Treppe jetzt ist, ne? Gerade zu, wo du gestorben bist? Oder links? Gerade zu auf der Treppe. Ich hab ganz kurz gesehen. Kannst du da mit der Ash hinschießen, Sam? Ich hab auch Schritte. Ich guck hinter uns. Ich safe hinter uns. Oh, hier. Mario. Ja? Ich komme. Hat der noch durchgeschossen. Kannst du einfach... Ah, fuck. Ah, der Doyle kommt. Ah, der ist tot. Oh, gegen die sehen wir nicht so gut aus. Oh, lol. Ach, der kam da... Oh, lol. Da hab ich aber schlecht reagiert. Ah, Kuba, dann machst du das schon. What the fuck? Ich weiß gar nicht mal, was passiert ist, ey. Was machst du denn noch da oben, Kuba? Ja, der Doyle wurde da irgendwo gekillt, gecountert. Nee, der ist runtergesprungen. Der war bei uns. Ach so. Mal gucken, was in den Optionen... Da ist jetzt einer links. Ja. Nice. Sehr schön. Luke wenigstens noch mitgenommen. Kommt noch einer? Da ist noch einer. Ah, stark, stark, stark. Schuss. 22 Schuss reichen aus, Kuba. Hm, manchmal gehen die Frames bei mir ein bisschen runter. Aber da kamen fünf Leute oder so, da kommen das Rest ziemlich gleichzeitig alle. Ja, aber du brauchst ja nächstes Mal nicht nachladen. Können einfach so auf den Merle oder zur Frau schießen. Echt? Kacke, da haben wir nicht gut angegriffen, da unten. Das war nicht gut. Wir hätten von Kuba's Seite kommen sollen, das war besser. So, Kanalisation war doch nicht so knurig für den Raum. Ja, aber ich hatte halt Angst, wo wir mit da oben alle, weißt du? Ah, weiß ich nicht. Egal, aber auch das kommt vor. Ja, klar. Alter, was ist das denn für... Boah. Okay, nee, ich hab grad was gesehen, was ich... Gott, bitte, nein. Nicht ausführen. Ah, ja, schade. Aber ist immer noch machbar, also verteidigen haben wir unglücklich verloren. Mhm. Ach, unser Raum, das ist ja wohl safe. Aber gut, ist gut wie safe. Also zwei gehen vor oder drei gehen vor und Sub und ich bleiben hier in dem Raum, ne? Den Tag nicht vor dem Abend loben, aber... Ja, aber den Raum haben wir schon oftmals richtig gut verteidigt. Äh, Castle? Haben wir in Castle? Ne, leider nicht, schade. Ne. Bandit, machst du hier, Daniel, sonst? Äh... Bist du da dann durch und machst du da hinten und hier vorne? Erst da hinten durch. Ich kann mich dann, wenn Copa Bay Rude bleibt, auch Castle in Zukunft nehmen oder so. Hier, Daniel, hier, da hinten einmal, da. Und hier vorne auch noch, dann schluss ich. Ich mein, ich hab ja hier, das sind ja die einzigen beiden Eingänge hier. Hier fehlt noch ne Kesselwand oder hat ne Reinforcement, aber, ne. Da hinten noch durch, Daniel. Kannst du da noch? Ne, passt schon. Wollen wir jetzt alle hier in dem Raum bleiben? Ich geh raus gleich. Wird schon grad meinen, machen wir doch immer so, oder? Ich bleib hier am Sofa. Ich bleib hier draußen am Sofa und chill hier. Ich muss nochmal. Guckt einer Camps? Mach ich. Ich muss aber was sagen, wenn es hinter mir ist. Ja, die Fahner mit den Drohnen, die hat mich zumindest gesehen, die Drohne. Leil, wie ist denn die reingekommen? Die ist, die ist genau da reingesprungen, als du aufgemacht hast. Ah, okay. So schaut jemand Camps, ja. So schaut immer Camps. Das ist zwar risikoreich, was ich hier mache, aber ich... Lass das lieber, lass das lieber. Es bringt uns nichts. Einer ist schon kaputt. Mach lieber nur das dazu, die beiden Haupteingänge und mehr nicht. Weißt du, welche Camp kaputt ist, hat? Ein deuer Workshot auch, ne. Ja, den auch noch. Ja, ja, den machen wir. Drohne. Also kann auch sein, dass die da hinter dir Comps haben. Hat noch einer ne Reinforcement oder sind wir alle schon durch? Danke fürs Einsperren. Ich hab keine mehr. Mach dir da noch ne Barrinkade, bitte? Bei mir ist er erstmal in der Sturm zu dir. Was kannst du machen? Du bist doch da gerade auf der anderen Seite. Ich muss hier jetzt... Ich scheine aber zumindest nicht über der Fenster zu kommen. Ne, sieht nicht so aus, das stimmt. Ach, da, da wurde einer markiert hinter dir. Ich hab hinter dir, da. Genau da, wo nicht reinforced ist. Ich hab hier Fenster mit im Blick. Wenn da was kommt, dann sag ich Bescheid. Daniel, die Fenster hättest du aufmachen können, damit wir den Gang schauen können noch. Ne, das ist nicht gut. Ne, den Gang hab ich, den Gang hab ich, den Gang hab ich hier. Ja, der ist safe, doch auch nicht immer. Nicht aufmachen, die Fenster. Ja, Mann. Jetzt ballern die euch ab durch die Fenster. Ich weiß nicht so ganz, wo ich mich hinstellen soll. Hm, von draußen kommt wirklich keiner von der Lobby. Okay, da wurde aufgemacht, Sub. Ja, ist noch nicht so gut. Von der Lobby kommt echt keiner. Hier, Fenster kommt auch keiner. Ich guck mal eben kurz bei euch, Sub. Sehr schön, Sub. War es einer nur? Ja, es ist noch einer. Okay. Wenn wir euch helfen, dann sagt Bescheid. Ja, der durchste Wand. Der durchste Wand einfach, ey. Sehr geil. Waren das nur zwei? Boah, ich glaub, dann hier bei uns kommen welche. Sieht so aus. Ich hab dann Explosionen in meiner Nähe gespürt. Muss aber nicht unbedingt heißen, dass sie hier reinkommen. Die können auch noch... Ja, wenn... Oh, der hat mich instant gehadert. Stimmt, ist noch einer. Wenn der Doi down geht, müsste einer hier mit hinkommen. Draußen sitzt einer hier, wartet. Oh, das ist der Sledge, glaub ich. Okay. Ich hab ihn einmal kippt. Schön hier durchs Glas crouchen. Kopa, wenn der Doi down geht, musst du hier ihm mithelfen, ne? Oh, hallo, Jungs und Mädels. Ich wusste, dass einer kommt. Cam ist kaputt. Ich hab ihn ja noch nicht gekriegt. Doi, das tut. Tschüss, Ash. Alles gut, Kopa, ich mach das. Ist da noch einer? Ich mach das. Ich weiß es nicht genau. Das ist, glaub ich, nur einer hier. Ja, ich camp da schon dann. Sledge ist da. Naja, komm, dann krieg ich ihn. Schau du, äh, nein. Na, okay, schau du auch mit drauf. Passt schon, wenn die ja reinkommen, dann hören wir uns ja. Hm. Warum sitz ich hier grad so scheiße? Hoppla. Kamera. Randhalle. Oh, das ist vorgestern. Hier ist irgendwo ne Drohne. Ich weiß aber nicht genau, wo. Oh, hier ist die Drohne. Mach die weg. Das wäre scheiße, wenn die schön da nicht. Ich bin aber auch angeschlagen. Ja, kann Kopa dich holen? Der letzte ist bei mir. Komm mal her, Kopa, komm. Ach so, okay. War das Twitch oder was? Ne, das war, äh, Glass. Den hab ich vor allem mit, den hab ich vor allem mit der Pistol gekillt. Nice, good job, Daniel. Weil ich die, weil ich die noch, weil ich die noch ausgerüstet hatte, zum Drohnen killen. Oder gerade, weil die Drohne herumgefahren ist, wollte ich die eigentlich zum Drohnen killen nehmen. Ja, langsam ist das Sledge mal gekommen. Hast du den Lerner schon mal rekordiert? Ja. Pass auf, jung. Das Sledge muss jeden Moment reinkommen. Ich wollte nur, weil... Wir machen auf. Pass auf, vorsichtig. Der ist gerade durch. Gerade durch. Der hat mich gesehen und instant Terror gegeben. Der hat mich gesehen und instant Terror gegeben. Der packt das noch nicht mehr. Schafft drei. Fünf Sekunden übrig. Ja. Sehr schön. Schöss, du Wichser. Hab ich dich gefickt. Wir zwei. Wir beide haben ihn gefickt. Der wurde doppelt gefickt. Wollte der gerade durchkommen, oder was? Ja, er wollte gerade durchgehen, dann haben wir ihn doppelt penetriert. Ich hab auch noch das Sledge bekommen. Das war... Das war Double Penetration in seine Fresse rein. Sehr schön. So, jetzt müssen wir vernünftig angreifen. Jetzt drehen wir das. Jetzt drehen wir das. Hab ich sie gefickt. Von hinten und von vor. Ja, wir hätten schon... Das ist ärgerlich. Wir hätten schon die erste gewinnen können. Ich hab echt nicht gedacht, dass die alle drei schon da unten sind. Weil das Daniel... Ich hab eigentlich gedacht, Daniel hätte vorgehen können. Kacke, ey. Na, passt schon. Ja, ist aber ärgerlich, weil wir die erste Runde hätten holen können. Verteidigungsrunde ist ein bisschen ärgerlich. Ja, ich... Ich hab... Das war halt schon ein Riesengeruch. Ich hab mir fast schon gedacht, dass es das Schlechte ist, da rauszugehen. Angreifen finde ich allgemein in der Map schwer. Außer du... Außer die Gegner haben den Spot da an der Treppe mit den Bomben, wisst du noch? Diesen offenen Spot da von allen Seiten. Du musst jetzt lokalisieren. Jetzt wollen wir schon wieder hier, Kanalisation. Okay. Ich fahr mal wieder durch diese lange Röhre da drühe. Ja, einer geht heller. Ja, ich bin schon. Guck ich mal oben. Oben. Ja, oben. Von oben. Von oben. Haben die unseren Spot wieder also? Möglich. Auf jeden Fall kam mir oben einer entgegen. Ihr habt's nicht geschafft. Ja. Hi. Also ganz oben. Der steht auf der Treppe und fängt ab. Okay, die können unseren Spot haben. Keine Ahnung. Kopa, fahr mal hoch. Fahr mal hoch. Dann fahr mal ganz hoch. Da bist du am Spot, wo der nicht draufsteht. Hier, auf der Ebene. Links. Links, links, hinter dir eigentlich da. Ja, geh mal da lang. Fahr mal da lang. Ah, ja, das war gut. Das ist in unseren Spot. Ja, durch. Fangen wir trotzdem mal vorne, oder? Ja, ja, ich fahr nochmal. Ich will ein bisschen sicher weggehen. Vorsicht, nicht, dass die offensiv gehen. Nicht, dass die hier wieder Fenster aufschießen. Ja, deswegen geh ich in Deckung. Ich hatte nämlich gerade schon was kaputt gehen gehört. So ein Holz-Verschlag. Ich habe gerade schon kaputt gehen gehört. Ja, die sind definitiv von dem Spot. Kamera kaputt, so. Warum ist gleich Kopa mit einem Kill vorne? What the hell? Hä, ich bin da beim Bio... Hä, ich habe den schon gescannt, aber es funktioniert nicht. Da unten ist das andere. Oh, ich habe wieder diesen Bug, Alter. So ein Fenster. Fahr mal, spring mal an den ganzen heran. Also, dass du gegen das Objekt quasi springst. Mach das mal mehrmals, dass das nicht funktionieren. Ja, das dachte ich mir schon, aber ich frag mich, wie. So, ich habe noch gleich eine Treppe. Krills sind nicht die einzigen Sachen, die Punkte bringen. Der war noch gleich da an der Treppe, der fucking Smoke. Da war der doch gleich. Jetzt gehen wir alle von oben. Ich will den Smoke haben, der da an der Treppe kämpfte. Oh, ich schieße durch die Gitter durch. So, die Kamera in der Haupthalle ist schon mal kaputt. Das sehe ich auch nicht mehr an der Treppe. Doch, jetzt sehe ich ihn wieder. Warte, 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 nicht schießen. Oh, fuck, da ist der. Ja, auf der Treppe steht der Smoke. Oh, ich hätte ihn fast nicht verpasst. Ich habe ihn angeschossen. Ich habe ihn von hier nicht. Ich habe ihn angeschossen. Ja, ich habe ihn auch angeschossen. Wo ist er denn? Der ist verletzt, der ist verletzt. Ja, der ist verletzt. Warte, der liegt, ich schieße ihn. Jetzt haut der rechts ab, ey. Der ist gleich hier unten, da. Da hoch jetzt, Daniel. Sehr schön. Sehr schön. Lol, bist du auch tot? Ich glaube nicht, aber der hat noch einen Geheiz. Okay, lass mal hier über Fenster, Sub, mit dem Doil. Ich glaube, hier ist das Fenster safe. Ist dir zu öffn? Warum sind meine Frames gerade so niedrig? Ich setze mich noch nicht um. Ich warte auf den Doil. Schade, ich war hier bei diesen Gittern da hinten. Ach, Sub, warte, danke, du erst. Dann decke ich von oben. Ey, Daniel, kannst du nicht die Fenster einschlagen? Schon ansonsten? Dann kann ich da rein snipen. Welche? Die hier? Hier deckst du? Ja, die Fenster. Dann kann ich da rein snipen. Mhm. Aber pass auf, dich auch. Sehr schön. Ich habe unten, ich habe unseren Arsch. Wenn da irgendeiner rauskommt, dann snipe ich dem die Fresse weg. Geht Doilfuse rein. Ja, ist ja auch richtig so. Irgendwie fällt bei Fraps ja manchmal meine Frames ein bisschen in den Keller. Nice. Sehr schön. Sub, hast du noch eine Drohne? Kannst du da nochmal reinfahren? Ne, ich habe keine mehr. Report. Ja, ist ja. Ach, ein Ballon durch Fuse getötet worden. Ja, echt so, weil Fuse ja auch der größte Cheater auf der Welt ist, ey. In the wrong way. Okay, von wo seid ihr denn reingegangen? Fuse ist nochmal rein. Vorsicht, Sub, der Fuse da nochmal rein. Ein bisschen weiter rechts jetzt. Fuse ist aber halt auch manchmal ein bisschen arg lucky, muss man auch sagen. Natürlich ist das lucky, aber da kannst du doch nicht reporten, Alter. Ja. Es ist einfach so. Sub, soll ich mal hier... Ich spreng ja mal auf. Vorsicht. Oder ich spreng ja mal auf, Sub. Dann muss ich nicht davor. This is hacking. Ja, ja, genau. Fuse is hacking. Fuck you. This is hacking. So, ich werfe da mal eine Fetscher. Oh. Ich werfe da mal eine Fetscher. Ne, Pi. Da ist einer gleich. Da ist einer gleich. Gleich vorne durch. Wenn du da mit der Ash reinschießt, könntest du ihn gerade zugleich haben. Hier war, glaube ich, nur einer. Die haben gut nachher so ein bisschen links. Tick links halt. Also, warte mal. Ich habe einen Snip. Ich habe einen Snip. Warte, ich snipe da rein. Also, so. Da so. Ach, schade. Der ist verletzt. Ja, der ist da so ein bisschen durch. Verletzungser. Der ist einer aus Verletzt. Ja, das war der hinter Pult. Okay, den habe ich. Da ist nur der Verletzte da, oder? Ne, da rechts. Der ist, Sub, wenn du reinkommst, gleich rechte Ecke. Hab ihn. Nice. Wir mussten nichts machen. Komm, wir drehen das noch, Jungs. Boah, dann können wir ja auch hier das noch viel hochladen hier. Ah, ist sehr schön. Von allen Seiten keine Chance mehr gehabt. Deswegen liebe ich den Firm 1. Ah, der Doc war verletzt. Fuck, der Doc wird deswegen auch gleich wieder rauf. Ich glaube, ich mache noch ein paar Aufnahmen mit OBS. Weil irgendwie bei Fraps, da gehen ab und zu für ein paar Sekunden meine Frames in den Keller. Ich meine, mein Spiel spielt ab und zu immer mal ein, aber ich hatte das jetzt heute schon zweimal. Was hast du nach geentert, Cooper, wo dein Spiel mal eingefreezed ist? Hast du die Grafik runtergemacht, ne? Ne, ich habe doch den Encoder gewechselt auf, den Nvidia-Encoder. Und dann hat es bei euch auch geklappt. Nein, mein Spiel freest. Achso. Das habe ich auch ohne Aufnahme. Ja, das war einfach dann, weil meine Grafikkarteneinstellungen zu hoch eingestellt waren. Ich musste da ein bisschen die Textur und Qualität ganz besonders runterstellen. Und dann wurde die Grafikkarte nicht mehr so... Okay, ich gehe hoch, ich gehe hoch, ich mache oben Reinforce. Warte, lass mich mal hier raus, mach mal hier eben Dings. Schön ein Eingang, Jungs. Einmal den gleichen Raum hier. Ne, zwei. Hier kannst du sowas auch... Ach, warte, ich brauche die RUG-Rüstung. Scheiße. Daniel, ich würde das nicht hier machen, Daniel. Nimm den mal da weg. Mach das da, wo ich stehe gerade. Daniel, warte, lass mich da nochmal durchkommen. Wir können die da aber auch durchkommen, Cooper. Das weißt du. Ja, aber da werden sie nicht so... Wären sie nicht... So, hier auch schnell was vor, hier auch, Daniel. Schnell. Ja, 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 ja. Hier war schon irgendwo eine Drohne. Drohne kaputt und Drohne drin. Okay. Ich renne da jetzt trotzdem hoch und versuche von oben zu Reinforcen. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Nee, T-T-T ist heute nicht. Aber ist Wynn-Fan von euch. Boah, diese fucking Drohne. Stirb, du Hurenkind. Kann jemand bei mir hinten noch Reinforcen? Und einer Camps, 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 Camps. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, aber man kann als Angreifer auch die Westen von den Verteidigern nehmen. Kannst du da oben, da auch noch machen? Ja, kann ich machen. Sehr schön. Okay, eine schöne Down, Außencampus, Außencampus. Snap, soll ich neben dir zumachen oder willst du ein Loch durchschießen? Mach mal zu, oder? Camps und Down? Mach ich zu, komm. Eine Außencampus Down. Die anderen habe ich bisher noch nichts gesehen. Sag mal, wenn, äh, Koopa, sag mal Bescheid, wenn die, das linke Loch, also von dir aus gesehen, oder da unten, sag mal Bescheid, wenn das rechte Loch, okay, bei mir ist einer oben. Äh, Thermite ist down, ist injured. Oh, sehr schlimm. Mach ihn, mach ihn. Ja, warte. Wenn Thermite down ist, dann können die nicht mehr von oben kommen. Thermite ist down. Sehr schön, sehr schön. Ah, ich werde von hinten, okay. Jetzt bist du reported, jung. Egal, aber von hinten, die kommen jetzt von Treppe. Twitch kommt von Treppe, die haben noch eine Twitch. Also einer habe ich Down. Thermite war wirklich wichtig. Die können jetzt nicht mehr von oben kommen. Ja, das war das Wichtigste. Vor allem, das ist ja auch so besonders, dass du mit, äh, Dings, mit dem Fuse mal einen killt mit seiner, mit seiner Fähigkeit. Ist ja jetzt egal, konzentriert euch bitte. So, ich schaue auf den rechten großen Einklang, Daniel, und... Ja, ich bleib mal an einer Stelle irgendwie, irgendwie in eine Ecke, da, da in die Ecke, rechts bei dir jetzt. Ja, das ist, das ist irgendwie, das mach ich sehr gerne. Da rechts in die Ecke. Das mach ich sehr gerne in dem Spiel, mal wie blöd hin und her laufen. Da kommt nämlich jetzt einer. Das ist aber nicht so, oder? Ist das deine Tür? Ja. Ah, hier ist nicht wie ein Forstscher. Nicht, nicht gucken, Daniel, nicht gucken. Na, der Dolly guckt da auf die Füße. Lass du, wenn der reinkommt. Ihr guckt beide auf eine Tür, das ist nämlich... Ich guck Camps, warte, ich guck Camps, hier, da kommt zwei. Da kommt zwei. Switch und Skipper. Lass mich Camps gucken, konzentriert du dich, ich guck Camps. Okay, gut. Ich hab noch ein paar Punkte geschneckt. Fuse, die haben Fuse, also Vorsicht bei den Türen. Von oben schießen die, oder? Ne, ja, von... Ja, scheiße, der hat mich... Da war ich zu greedy. Da war ich zu greedy. Oh, einer läuft unten im Haupteingang rum. Pff, Lappen! Na gut. So. Boah, Alter, Flashes ohne Ende. Nehm dir. Guck du mal, die Füße, na. Oh, das war wohl... Kaupe, Kaupe, ey. Ah, da kommt. Da ist der Füße. Ah, das ist der Dolly, ja. Blitzter verbleibender Gegner. Ah, fuck. Nice, Mann. Oh, ich bin aus dem Anruf geflogen. What the hell? Da gibt's woher Probleme anrufen? Na egal, dann beende ich hier mal und zack. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Rainbow Six Seeds. Bis dahin. Ciao. 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 Das war's.